Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Lounge und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren, beziehungsweise wir schauen uns noch zusätzlich auch die Belohnung des Handelsposten aus dem März 2024 an. Und ich würde sagen, da starten wir gleich mal rein. Wir befinden uns einmal in Sturmwind beim Handelsposten und jetzt holen wir als allererstes einmal die Kiste ab. Dort haben wir nämlich dann eine wöchentliche Belohnung drin und diesmal gibt es quasi wieder 1000 Händler-Devisen, die wir gleich brauchen werden und ein Pad, Thiele heißt das Ding, das ist diese kleine schicke Maus, sieht ganz nett aus. Und ja, mit den Ressourcen können wir uns jetzt dann ein bisschen was holen. Ich habe ein bisschen über 1000 jetzt noch, 340 von letztem Monat. Die Ressourcen könnt ihr erst rausholen, also die Händler-Devisen, wenn ihr hier verschiedene Aktivitäten abgeschlossen habt. Da gibt es sehr viel Stuff und ja, was ich immer empfehlen kann, sind Handwerksaufträge. Das geht eigentlich relativ zügig und ja, World Boss umhauen, ein bisschen Ruf, so habe ich das meistens zusammengekriegt. Gut, dann gucken wir mal rein, was es dieses Mal Schönes gibt. Und zwar fangen wir oben an. Wir haben einmal förmliches Kleid des Himmelskapitäns. Das sieht eigentlich ganz nett aus, sind einige Teile, wie ihr seht, insgesamt 5 Stück. Und haben wir ein komplettes Set, ist aber sehr, sehr teuer. Ja, 800 von den Ressourcen oder von den Händler-Devisen ist schon sehr teuer. Das werde ich mir jetzt nicht kaufen. Dann das zweite ist gleich das, um was es sich heute quasi dreht. Und zwar haben wir hier einen Mauernzügel des majestätischen Azub-Pfaust. Der sieht schon mal sehr schick aus, muss ich sagen. Den werden wir uns einmal kaufen und dann gleich angucken. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber noch den Rest an, hätte ich gesagt. Dann gibt es einmal hier ein Arsenal, Himmelsklinge. Blenden wir mal die Rüstung aus, dann sieht man mal ein bisschen besser, was wir haben. Also das ist hier die Klinge. Ist schick, für 500 finde ich es aber auch teuer. Das sind sogar zwei Schwerter, wie ihr seht. Ich kann aber als Druid nur eins tragen, beziehungsweise eigentlich kann ich gar keine Schwerte tragen, aber gut. Dann haben wir hier noch ein Zweihandschwert. Und zwar Katastrophenschneide. Das finde ich immer ein bisschen blöd, man sieht es so immer schlecht, wenn die Elfin das so in der Hand hält. Aber gut, so viel dazu. Dann haben wir eine Faustwaffe, holenbesetzter Schlitzer. Dann haben wir noch ein Schild korridierter Argus-Verteidigung. Korridierte Argus-Verteidigung, so. Dann haben wir ein Toy, feiner jadegrüner Sonnenschirm. Das können wir jetzt hier leider nicht anschauen, aber da mache ich glaube ich nochmal ein Toy-Guide zu, wenn ich es mir gekauft habe. Wobei, das können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Kaufen wir das. Das Toys sammle ich natürlich auch. Heißt, wenn ihr das Toy und das Mount diesen Monat kaufen wollt, dann seid ihr 950 Marken weg. Und 1000 kriegt ihr ja. Also quasi die beiden könnt ihr euch kaufen, dann ist aber nicht mehr viel T-Mock drin. Gut, dann haben wir hier Virulenter Hammer. Das ist, ja, wahrscheinlich ein Streitkolben, oder? Äh, ja, Einhandstreitkolben. Dann haben wir Gewand der strahlenden Maskerade. Das ist quasi die Maske, warte mal, war die da oben auch dabei? Ne, da ist es eine coolere Maske. Ah, okay. Also hier kriegt man die coole Maske und hier gibt es quasi die Low-Budget-Maske. Da hat man zumindest noch eine Feder dran. Und hier ist dasselbe in einem hellen Weißton. Wird ja zu meinen Haaren passen zumindest. Gut, dann haben wir türkises, äh, Geesgewand. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sieht aber schick aus auf jeden Fall. Dann haben wir Scharfrichter des Schwarzfelsclans. Das ist eine ziemlich dicke Stangenwaffe. Ich glaube, die vom Challenge-Mode aus VOD waren ähnlich groß. Wenn es nicht sogar auch dasselbe Grundmodel war. Bloß da haben die geleuchtet. Die waren noch mal ein bisschen cooler. Dann haben wir fließendes, aquatische Handschuhe. Das sind quasi diese langen Ärmel, die wir schon in verschiedensten Farben haben. Anscheinend ist dieser Monat der türkise Monat. Denn es gibt auch einen türkisen Wappenrock und einen türkisen Umhang. Dann hier den türkisen Sagon, wie man das auch immer ausspricht. Dann haben wir einen Umhang mit Kapuze. Und dann quasi selbiges noch mal hier in einem helleren Grauton, würde ich jetzt mal sagen. Genau, hier auch noch mal ein türkis mit diesen Schulterdingern. Dann haben wir eine Klinge. Ich mag diese Basic-Waffen, muss ich sagen. Und dann haben wir hier einen ästhetischen Kriegsumhang. Das ist noch mal ein Umhang, auch für 50 Marken. Gut, und dann sind noch mal ein paar alte Sachen drin, die wir schon einmal hatten. Und zwar flammengeschmiedete Teufelszahn. Der sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch mal eine Waffe. Die hatten wir auch schon drin. Was haben wir hier? Ne, uh. An die kann ich mich nicht erinnern. Ohne das Arcanen. Die sieht sehr cool aus. Und dann haben wir noch mal diese beiden Mounds drin. Da hatte ich auch mal schon ein Video gemacht. Die Alabaster-Mounds. Und zwar einmal den Greifen. Und dann noch hier die Donner-Schwinge. Und als allerletztes haben wir noch prachtvoller, protziger Putz. Das ist quasi so ein Hemd. Oder müsste ein Hemd sein. Genau. Das waren soweit alle Items. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal das Mount an. Den Azur-Pfau. Wo haben wir den denn? Da ist er gleich oben im Geschenk. Packt man aus. Und dann gucken wir mal erstmal, wie groß der ist. Beziehungsweise, was der auch für... Uh, doch, der ist größer als ich dachte. Tatsächlich. Den kann er natürlich auch. Der Kopf bewegt sich erstaunlich wenig. Ah, doch, jetzt. Eben hat das ein bisschen hölzern ausgesehen, alles. Also wenn er so normal ist, ist es okay. Wenn er fliegt, ist es irgendwie... Naja, okay. Aber so an sich sieht das Mount schon ganz cool aus. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch das Mount Special an. Ähm, Mount Special. Okay. Das, äh, den, das Mount Special an sich kennen wir schon, ne? Von dem einen oder anderen Mount. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber der Pfau ist schick, muss ich sagen. Also die Farben. Und er leuchtet auch. Bestimmt im Dunkeln sieht es noch ein bisschen cooler aus. Hat auf jeden Fall was. Ja gut. Das war es dann eigentlich soweit mit dem kleinen Mount Guide. Ähm, bedenkt immer, sollte ihr das Video jetzt sehen, wenn... ...quasi der Monat schon rum ist und ihr es aktuell nicht mehr kaufen könnt. Die Sachen kommen immer wieder. Ihr habt ja unten gesehen, diese zwei Alabaster-Mounts sind auch wieder ins Spiel reingekommen. Bedeutet, wenn ihr ein bisschen wartet, habt ihr vielleicht Glück und kriegt das dann quasi in einem anderen Monat wieder. Gut, damit, ähm... Sind wir durch. Ich habe mich gefühlt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao. Ciao.